Das Greentech-Unternehmen Salzburg AG setzt stark auf Regionalität. Um den Kundinnen und Kunden eine noch bessere persönliche Anlaufstelle bieten zu können, wurden in den vergangenen Monaten drei neue Infopoints errichtet. Der Infopoint St. Johann im Pongau ist seit kurzem auch offiziell eröffnet. In der Positionierung der Salzburg AG als Greentech-Unternehmen ist natürlich der Kundenfokus inkludiert. Kundenfokus heißt natürlich, dass wir die Produkte, die wir anbieten, dem Kunden auch erlebbar, greifbar machen. Und hier im Infopoint in St. Johann ist es dann für die Kundinnen und Kunden möglich, Photovoltaik-Paneele, Wallboxen, beispielsweise auch IPTV zu erleben, selbst anzugreifen, selbst zu fühlen, zu spüren. Die neuen Infopoints haben jede Menge zu bieten. Im Infopoint haben wir auf der rechten Seite unseren Tresen, wo die Kolleginnen sitzen und unsere Kunden beraten und hier auch Auskunft geben können, um hier den Kundinnen und Kunden dann auch zum Beispiel TV Plus, unser digitales Fernsehen, zeigen zu können. Sie können hier auch das Internet ausprobieren. Wir haben dann weiteres ein Solarpanel zum Angreifen vor Ort für unser Solardachprodukt, für eine PV-Anlage. Wenn die Kundinnen und Kunden mit dem Elektroauto gekommen sind, können sie hier bei uns gleich das intelligente Ladekabel für unterwegs erwerben. Und weiteres haben wir dann auch noch für den stabilen Einsatz zu Hause in der Garage oder im Carboard die fixe Wallbox, um hier das Elektroauto dann auch vernünftig laden zu können. Zusätzlich zum Produkterlebnis informieren die Beraterinnen über sämtliche Fragen oder stellen Kontakt zu Fachabteilungen wie zum Beispiel der Energieberatung her. Die Resonanz ist bereits jetzt nach dem Probebetrieb sehr gut. Die Resonanz ist wirklich groß. Also der Großteil von den Leuten sagt wirklich, dass es voll gut ist, dass sie einen persönlichen Kontakt haben mit uns. Weil es entstehen natürlich durch Gespräche natürlich auch wieder neue Fragen. Und dann kann man auch viel mehr erklären mit einem persönlichen Kontakt. Da kommt man von einem ins andere und der Kunde geht wirklich zufrieden aussehen. Der neue Infopoint in St. Johann im Pongau hat wochentags von 8 bis 12 Uhr geöffnet.